Guck mal, stell dich, mach das rote Portal weg. Nein, das passt doch. Ja, okay, gut. Ja, das ist eigentlich komplett gerade und deswegen kannst du dich gescheit zielen. Wie dumm bist du? Ich mach das, ich mach das. Geh raus. No. Okay, ich geh ja schon. Ich schäme mich jetzt auch. Danke. So. 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 Gott. Alter. Hör auf mit dem Scheiß. Hör auf mit dem Scheiß. Warte. Das meinte ich, jetzt ist es nicht gerade. So. Jetzt bitte, lass es mal bitte. Ich lass es doch. Ja, lass es dann auch. Gott. Verdammt. Das zweite ist schwer zu platzieren. Du schaffst das, ich glaube an dich. Natürlich schaffe ich das. Ich bin ja auch der große Narrator. Ich muss das echt jedes Mal von neuem machen. Sein echter Name ist übrigens Fritzl. Alter, verrat das doch nicht jeden. Tut mir leid. Verdammt. Reicht der Schwung überhaupt? Ich glaube nicht, ganz ehrlich. Wie sollen wir es sonst machen? Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Hm. Ah, Mann. Oh, yeah. Okay, warte. Können wir irgendwie das da, also das mit diesen zwei Teilen, mit dem hier kombinieren? Mit dem hier, mit dem hier, mit dem hier. Sollte ich. Das hab ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist halt, dass, um diese Platte zu haben, muss hier eine hier drin stehen. Sehr klar. Ja. Also musst du es im Prinzip den ganzen Rest der andere machen. Richtig. Das ist ja jetzt so gar nicht schwer. Okay, was bringt mir das? Nichts. Absolut gar nichts. Oh, Mann. Okay, gut. Komm, wir mal los. Ach, du Scheiße. Ey, das ist scheiß kompliziert. Wir können ja in der Zwischenzeit einfach, während wir denken, einfach ein Thema ansprechen. Zum Beispiel Alkoholkonsum bei Jugendlichen von 16 bis 18 Jahren. Bier steht neben mir. Warum willst du das genau jetzt ansprechen? Oh, Mann. Ach so, warte. Alkoholkonsum 16 bis 18. Ja. Oh, gut. Dein Pech. Na, ich bin wieder noch. Ähm. Was liegt da drin? Da liegt eine orangen Lampe drin. Wo? Das ist eine Handgranate. Wo denn? Guck auf meinen Bildschirm. Warte, ich komm mal hoch. Das sieht aus wie eine Handgranate. Das ist eine Lampe. Sehr komisch. Da drin, da. Du siehst ja, dass hier eine Öffnung ist, wo ich gerade draufstehe. Geh mal hier langsam zurück. Geh langsam rückwärts. Rückwärts. Ganz langsam rückwärts. Und guck nach unten. Dann siehst du da, was da drin ist. Ich hab halt von hier gesehen, dass da irgendwas ist. Und ich dachte, vielleicht ist es ein Easter Egg oder so. Ja, geh mal auf die Seite. Welche Seite? Ich hab gerade versucht, das zu greifen, aber irgendwie klappt's nicht. Äh, wahrscheinlich, weil das nicht greifbar ist. Ah, doof. Ähm. Ach du Scheiße, wie lange nehmen wir diese Maps schon auf? Ich wollte eigentlich mehrere Maps aufnehmen. Ich wollte eigentlich noch lernen. Und du wolltest noch lernen? Ich scheiß auf Lernen, denn ich, mir ist Schule egal. Ich bin Sonderschüler. Ich würde es, dass du halt durch diese Scheiß-Scheiben natürlich kein Portal durchschießen kannst. Das wäre dann total easy going. Ja, dann hätten wir es ja schon längst geschafft. Oh Mann. Guck mal, das kann ja auch nicht umsonst hier stehen. Ja, natürlich nicht. Äh, was sollen wir damit machen? Okay, wie wäre es, wenn wir es nochmal so probieren, wie wir es vorhin angefangen haben? Dass wir sagen... Uah. Weißt? Äh, genau. Ah. Dass wir quasi sagen, genau, wir schießen uns da hoch, aber so knapp hintereinander? Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Ja, ist doch scheißegal. Kommst du hoch? Ja, aber du kommst ja nicht hoch. Ja, ist doch egal. Was bringt uns das? Warte, warte, warte. Mach weiter. Nein, okay, warte. Wir machen es nochmal, nochmal, nochmal. Geh nochmal raus. Oh, leck, leck, leck. So. Okay, warte. Jetzt mach das dann so. Ja, warte, ich gehe am besten runter und mach es von unten. Okay, warte. Ah. Oh. Das geht irgendwie nicht immer. Ne, geht nicht. Mach du. Ja, warte. Ich muss probieren, an die selbe Stelle zu kommen, wie ich irgendwie. Genau. Nein. Nicht genau. Was ist da oben denn? Da war eine weiße Fläche. Ah. Und ich kam kurz an sie ran. Okay, ja, genau. Oh, Mann. Du timest es nicht richtig. Komm, jetzt. Ach, da meinst du? Ja. Okay. Ah, scheiße. Okay, okay. Ach, du scheiße. Lol. Was war das jetzt? Lol. Oh Gott. Warte, warte, warte. Das ist nicht so gedacht. Doch, bestimmt. Das ist eine Anspielung aufs Poppen. Oh Gott. Stimmt, Valentins Map. Poppen. Passt. Okay, jetzt nochmal. Wir stellen... Warte, komm mal runter. Stell dich mal neben das Ding hier. Ja. So, jetzt gehst du drauf und nicht sofort danach. Nein, das ist falsch getimt. Als es bei uns geklappt hat, war ich nicht... Warst du nicht sofort danach. Das war eigentlich ziemlich ausgewogen, glaube ich sogar. Jetzt. Nein. Das kann auch nicht richtig sein. Ich kam übrigens gerade kurz drauf. Ja. Ah, ernsthaft? Was? Ob das so beabsichtigt war? Scheiß drauf. Ähm, Alter. Ja? Das ist mal dein blaues Portal bitte weg. Neu. Ah, nee, warte, ich habe hier noch. Ja. Secrets found? Und wer hat es gefunden? Der Schweizer. Ja, das ist... Oh Gott, geil. Äh, warte, warte, warte. Secrets found 1 von 5. Ja, aber diese Handgranate hat doch bestimmt auch ein Secret. Nein, ich glaube nicht. Denkst du, es gab davor schon Secrets? Denn wenn nicht, dann dauert die Web lang. Wenn nicht, dann dauert die Web sehr lang. Lasst uns jetzt das Brückenbauen üben. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse. Vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Alter, mies. Okay, du kannst mal hier rüber gehen. Oh Gott. Geh mal da rüber. Ich darf nicht. Ich werde dich vermissen. Ich dich, ich dich auch. Ähm, was bringt uns das? Da ist so ein lustiges Zeichen. Aber, äh, das bringt mir gar nichts. Machst du ein lustiges Zeichen? Aber ich könnte das hier machen. Und du musst da durchgehen. Komm wieder hoch. Achso, bist du. Okay, gut. Komm her. Und ich geh da durch. Und geh dann weiter. Und dann kannst du genau da drauf. Und ich darf hier nicht durch. Und jetzt? Kannst du da drunter, unter dir, da? Genau da. Ja. Das bringt uns nur ziemlich genau Janisch. Jetzt noch da. Und jetzt geh weiter. Wo bist du? Ah, guck, geschafft. Guck, wie gut ich bin. Ich glaube nicht, dass das so... Doch. Ich bin am Ziel. Kommst du? Witzbold. Oh Gott. Ja, gerne. Okay. Nee, aber hinter dir ist irgendwas. Da ist ein Knopf. Ja, das meine ich nicht. Sondern da, schau mal, pass auf, warte. Das Knöpfchen macht das hier aus. Da. Na, geh du mal hoch auf die Lightbridge. Warte. Da, geh rauf. Bin drauf. Geh zurück. Geh zurück. Geh aufs Knöpfle. Ah. Gott. Es gibt so kleine Mini-Lags irgendwie. Na, okay. Ja, du werdet es über den Level. Ah, schau mal. Dann geht es hier oben auf. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber was bringt uns das? Ach so. Dann kannst du... Nee. Doch. Ah, doch, doch. Geh da drauf. Geh da drauf. Geh auf die Lightbridge. Ja, wie denn jetzt? Geh auf die Lightbridge. Nein, stimmt. Du brauchst die ja gerade nicht. So, und jetzt, ähm, mach dort, mach da hinten, da irgendwo, wo das war, wo ich dir es hingestellt habe. Mach mal bitte, genau, da hinten. Nein, 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 nein. Nein, auf dem anderen, weiß Potter, weiß... Genau, und jetzt, und jetzt geht er durch. Nein, jetzt geht... Nein, nein, geh zurück, Mann. Verbiss dich. Ach so, das meinst du. Ja, okay, Mann. Jetzt musst du da in diesen Raum rein. Perfekt. Und jetzt bleib da drin. Und du musst jetzt mir die, 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 die Teile geben. Ich kann von hier aus nichts geben. Warte, doch, du kannst da durchschießen. Ja, bis jetzt los. Hä, wie komm, wie komm ich auf die Lightbridge? Wie komm ich auf die Lightbridge? Wenn du da oben hinsetzt. Nein, darf ich ja nicht. Dann, dann geht eins ja weg. Nein. Ach so, das meinst du, ja. Dann geht dein Teil ja weg. Scheiße. Dann setzt da, äh, dahin und dahin und spring weit genug rein. Ich kann von hier aus keine Lightbridge, äh, keine Sachen setzen. Echt nicht durch das Loch? Ja, schau doch her. Was bringt das dann? Keine Ahnung. Versteh ich nicht. Lass mich mal darüber. Nein, lass mich mal darüber. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Irgendwas, wir sehen hier gerade. Wie immer. Versteh ich nicht. Boah, meine Maus haut gerade ab. Ja. So, besser. Ähm, so, jetzt. Nein, geh da mal nicht durch. Ich glaub nicht, dass das so viel bringt. Ja, doch. Es muss ja was bringen. Sonst wär's ja nicht da. Warte mal, warte mal, lassen wir das mal. Kommst du da mal kurz runter? Ah, ja. Ich muss mich nochmal rüber lassen. Ja, geh. Jetzt will ich nämlich da durchgehen. Kann ich da vielleicht irgendwas mitmachen? Nein, absolut nicht. Ich komm auch von hier an irgendwie kein... Außer, setz mal dein Blaus jetzt da hoch. Nein, nicht da, sondern da hoch. Jetzt kannst du da durchgehen. Ja, und? Ja, es bringt uns nichts, aber es schaut schön aus. Wow. Amazing. Hm. Aber jetzt könntest du rausgehen und... Nee, bringt's auch nichts, hm? Hätten wir auch so machen können. Pff, ey, ähm, ernsthaft. Setz mir mal das Portal... Setz mir mal dort das andere Teil... Teil... anderes Portal hin. Arschloch, das andere. Oh. Warte mal. Ah, und ich weiß übrigens, wofür das gut ist. Und zwar kann der, der da hinten ist, wo du warst, da hinten, dann hier ein Portal setzen. Ach so. Aber bring mich mal, bring mich mal wieder... Warte. Noch nicht. Das heißt, wir waren da hinten schon ganz richtig. Warte. Ja, ja, bring mich jetzt mal dahin. Da, mach. Und ich setze einfach da in einen Dunkel... Am besten beide. Ah, egal. Brauch ich ja sowieso. Also bringt das nichts. Gut. Also kann ich... Ich kann ja schon mal hier durch. Lass dich jetzt einfach da rauf fallen und durchgehen. So. Dann ist aber nichts zum Setzen. Allerdings kriegst du das nicht alleine da hinten hin. Ja, das heißt, du musst mir deine Lightbridge irgendwie... Weißt du, ich muss jetzt da rüber. Das heißt, ich muss einmal... Äh, hier. Scheiße. Und hier. Nein, nein, nein. Du musst die Lightbridge wieder machen. Ich mach dir den Weg. Geh wieder auf die Lightbridge. Und jetzt mach... Mach mir wieder die. So, dass... So, dass die in meinen Blaues reingehen. In meinen Hellblaues. Genau. Und jetzt... Achso, nee, warte. Ja. Und jetzt geh einfach... Äh, und jetzt geh einfach da irgendwie hin. Wohin? Achso, genau. Du musst... Guck mal, du musst auf diese Lightbridge drauf. Auf diese. Mach das mal. Ja, wie komm ich da drauf? Du musst... Äh... Witzbeheult. Dort... Guck mal, du musst dort dein Gelbes machen. Mach dort dein Gelbes. Und jetzt geh da durch. Bis du genau über meine Obligatorischen stehst. Und dann machst du... Genau. Na. Dann solltest du aber auf meine fallen. Das wäre optimal. Ja, ach. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ja, aber gut. Das ist schon mal der richtige Ansatz. Dann einmal da. Und einmal. So. Nee. So. Wo ist jetzt deine? Kannst du ja gucken. Ja, warte, warte, warte. Jetzt setze ich das Gelbe. Setze ich... Da hin. Da hinten. Nein. Ja. Ha. Richtig. Jetzt kannst du das öffnen. Und ich kann jetzt einfach irgendeins, glaube ich, da hinten öffnen. Ist es jetzt... Ist es eine Double Lightbridge? Könnte es gemacht werden. Oder ist es sogar? Ja, wie komme ich jetzt darauf? Ähm, verdammt. Warte, warte. Also jetzt haben wir schon mal das geschafft. Sorry. Ja, ähm, und du musst jetzt irgendwie... Ja, klar, warte. Da hoch. Und ich kann dich hier... Kann ich hier irgendwas setzen? Ich kann dich aber nicht setzen. Warte mal. Sterbe ich jetzt da gleich? Ne, wieso? Ich komme doch jetzt hier hin. Warte, hallo. Schau mal, hallo. Ich bin doch da. Ähm, ich muss jetzt nur noch irgendwie... Jetzt, ach so, ich muss dir den Weg machen. Okay. Ja, setz mir mal hier dein... Hellblows, genau. Ja. Gut gemacht. Yay. Yay. Und jetzt muss das Herz... Komm durch. Okay. Niemand hat je diesen Test bewältigt. Die Menschen müssen ihn nach meinen Originalplänen rekonfiguriert haben. Doch, da bin ich jetzt runtergesprungen. Ganz nach unten. Warte. Nein, wir hätten auch noch irgendwie in die Mitte. Das wäre ein Secret. Das wäre ein Secret. Das wäre ein Secret.